Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video erfahrt ihr alles über das neue Samsung ATIV Book 9 Plus. Das Ultrabook besitzt wie auch das neue ATIV Q ein 13,3 Zoll großes Display mit der Auflösung von 3200 x 1800 Pixel. Das Ultrabook gibt es in zwei Ausführungen. Die erste Ausführung ist mit dem Intel Core i5 Prozessor, der neuen Hashell Generation bestückt, 4 GB Arbeitsspeicher und einer 128 GB großen SSD. Die zweite und leistungsstärkere Ausführung besitzt einen Intel Core i7 Prozessor, auch wiederum der neuen Hashell Generation, 8 GB Arbeitsspeicher und einer 256 GB großen SSD. Als Anschlüsse stehen euch zwei USB 3.0, ein Mini VGA, ein Micro HDMI, ein LAN, ein SD Kartenleser und ein kombinierter Mikro- und Audioanschluss bereit. Der ATIV Book 9 Plus wiegt 1,39 kg und die Maßen sind 319,6 x 222,9 x 13,6 mm. Ja, das war's dann wieder soweit zum ATIV Book 9 Plus. Ich hoffe euch hat das Video gefallen und wenn das so ist, dann würde ich mich über einen Daumen hoch oder einen netten Kommentar freuen. Und über ein Abo bin ich natürlich auch immer glücklich. Also dann macht's gut, bis die Tage und ciao! Bis zum nächsten Mal!